ja herzlich willkommen zurück zu let's play fuckroy 3 wie immer fränkisch ja 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 ich will aber noch nicht dieses feld da machen sondern ich will jetzt hier runterfahren ach nee dann über oder was will ich jetzt will ich jetzt runde oder kreuz natürlich nicht hin ja dann will ich jetzt da rein fahren und den funktur mir holen ja machen wir das so das heißt ich muss jetzt hoch rechts die straße lang wo ich ja so gut ein auto fahren kann dann muss ich irgendwie zu dem funkturm gelangen auf dem weg wäre rechts ist irgendwo aber da geradeaus sehen da muss ich das schaffe ich was okay dann nicht dann eben per pedis und lang rum nach jahren hat sich fragt warum es keine anderen folgen vielleicht gerade zurzeit gibt ich weiß nicht vielleicht gibt es auch andere wie gesagt habe wenig zeit und ich nehme jetzt gerade mal hauptsächlich ein paar frau auf was mich jetzt gerade ein bisschen mehr interessiert gibt aber bestimmt bald wieder alles andere jetzt muss ich da hoch oder was man das ist doch die halbe miete schon geschafft gefühlt praktisch wahrscheinlich nicht was ist denn schon wieder mädchen ach so munition so und nun aber die sehen mich doch nicht also, hier ist vor allem ach ne 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 sondern dann was gibt es hier tolles ein kaputtes auto in der boutique ach das war doch das lager oder da muss ich dahin bestimmt 100 gibt es jetzt gerade leuchtpistole also in welcher richtung links da kann ich da vielleicht schon irgendwelche fotos schießen mehr nicht dann alle loslassen bis zum ende will ich durch jetzt bin ich mal gespannt das auch mal schwieriger wird mit dem einnehmen oder ob das relativ gleich bleibt ich hoffe es bleibt relativ gleich wenn ich ok Pssst, pssst, jetzt nicht. Aufschrecken. Und die Hunde? Scheiße, ich glaub, hab mir den Pfeffer geholt. Drüber. Oh. Ich schlafe gleich ein. Okay. Ey! Na, nix, Alarm! Wir sind in einer halben Minute da! Ähm. Kann ich nicht ausmachen. Okay, ähm. Wir kommen von Norden. Wo ist ein Norden, da? Oh, zwei gleich. Oh! Oh! Mann, Mann, Mann! Hey! Oh! Was sind sie? Da! Fertig doch! Mal los! Fertig! Der T-Shirt kommt. Ne, der geht. Und jetzt da drüben noch einer. Jetzt kommt es auch bei mir oder? Endlich. Wieder mal ganz schlecht dabei, weil ich doch diesmal ein wenig so unauffällig bin. Das hat ja mal wieder gar nicht geklappt. Okay. Dafür gibt mir jetzt mal das ganze Geld. All euer Geld belongs to me. Dafür bin ich gemacht. Für den Mist bist du gemacht. Du bist ja krank. Das will ich hoffen. Ach, das stellt jetzt ja auf der anderen Seite. Oh man. Mein Bruder. Nee. Ich bin nicht dein Bruder. Gib dir gleich deinem Bruder rein. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Citra hat damit nichts zu tun. Das bin ich. Ich habe zwar so eine Hokus-Pokus-Armbemalung, aber ich glaube nicht, dass etwas taucht. Da liegt doch normalerweise immer Munition. Wo lichten die? In den letzten Dingen war immer Munition da. Dann gehen wir halt kaufen. Oh, Lotofs. Zwei Stück. Wo warst du das? Na ja. Gut. So. Das haben wir. Jetzt könnte man das da oben auch noch. Was ist das? Schrotflintenherausforderung. Mhm. Mhm. Todaufgabe. Ja, oder wir gehen jetzt halt doch einfach mal da hin. Wir nehmen mal, wir können doch mal Tequila Sunrise einnehmen. Irgendwie fühlt es ja keine Lust da jetzt 20.000 solche Dinge da einzunehmen, nur um dann da hinzukommen. Ach, ich gehe jetzt direkt, ich gehe jetzt direkt da hin. Was soll's? Ja. Wäre aber viel zu easy, wenn wir erst alles einnehmen würden. In die Richtung. Wo ist ein Auto? Habt ihr ein Auto da? Irgendwo. Dass ich mir da so zufälligerweise kostenlos schnappen darf. Was denn das? Schon wieder so eine Herausforderung, dass alles abstürzt. Na na, vergiss es. Mach mit. Also. Irgendwo in die Richtung. Okay. Was ist denn der blöde Funktürm? Nach da. Oh, stopp. Was ist denn das? Oh ja. No. No. Ich darf mal was mitnehmen. Okay, dann schauen wir erstmal was da unten ist. So macht das doch auch Fun, oder? Also, Anführungsstrichle, Fun. Er wird so geblündert. Er wird so. Brauche ich jetzt keine. Okay, dann schauen wir mal was es hier gibt. Na? Ja. Ja. Träpfel ein wenig, aber das ist ja auch nicht schlimm. What's going on? T-Shirt. Soll ich dich blenden? Äh, besser so als, dass du mich irgendwann überrennst. Ist das hier Tiger-Auffangstation, oder? Ein kleiner Unterschlupf. Okay. Ein kleiner Unterschlupf. Okay. Okay. Ganz ruhig jetzt. Interwischen lassen. Funkturm holt. Wow, sind da drüben. What's going on? Da war gerade eine riesen Explosion, oder Lava, oder sonstiges. Irgendwas war da. Au. 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 Oh, da sind Bären, Schwarzbär, oder irgend sowas. Oh. Schau dir das an, da sind wir da so drüben. Oh, die sehen mich doch nicht, oder? Na? Sind das kleine, kleine süße Rehkits? Uh. Duck and Cover, sag ich doch mal. Uh. Okay. Wollte ich nochmal kurz zünden, um zu gucken, was das ist. Ah, da. Okay, Feinde sind hier schonmal nicht. Einmal hoch. Das finde ich immer ganz gut, dass die Dinger hier keine bewacht. Wäre vielleicht sonst auch zu anstrengend. Ähm. Komm. Na komm. Schöne Abendrot kommt jetzt raus. Wo? Okay. Okay. Na, Fatschi side. Go. Okay, okay, okay. Da. Alle ab. Oh, da Munition. Und da war noch irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Und da ist noch was. Habe ich aber schon. Ähm. Muss ich da rüber? Ne. Da drüben ist was. Das Seil. Ja. Ja. Fast schon ein wenig fad gemacht, dass es die Dinger da gibt. Dass man das da so einfach erkennen kann, wo man da hoch muss. Ja. Das hätte ich, da hätte ich mir jetzt durchaus gewünscht, dass das nicht da wäre. Und dass man da ein wenig, ja, selbstständig rausfinden müsste, wo es da hoch geht. Ich habe mich zwar tierisch geärgert erst ein paar Mal, aber dann, naja. Eine Nacht und Nebel Aktion. Ohne Nebel. Fatz. Okay. Was haben wir denn hier? Oh. Mhm. Eine Kiste. Langweiliges Fischerhütle. Das ist auch noch irgendeine Hütte. Aber da blinkt es drin. So, was haben wir denn? Freigeschalten. Fertigkeitspunkt. Okay. Komm ich mir da als... Ah. Nur da? HGL 94. Ja, das ist... Okay, Fertigkeitspunkt. Erstmal den Fertigkeitspunkt vergeben. Was hat man da? Da haben wir das letzte Mal ganz viele neue Dinge. Da. Ah. Das wäre jetzt natürlich vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Ah, schneller nachladen wäre aber auch. Ah. Aber hier bewegt dich in der Hockey schneller. Das ist glaube ich das A und O für mich. Das hat sich bis jetzt in jedem Spiel... Ah, ich habe noch einen Punkt. In jedem Spiel richtig bezahlt gemacht. Insofern... Was ist hier? Schnelleres Nachladen. Ah. Verbessere die Treffsicherheit. Das wäre natürlich schon mal gut. Fallschattenreduzieren auch. Das ist uninteressant. Auch nicht so wichtig. Auch nicht so wichtig. Okay, also hier Treffsicherheit oder... Schnelleres Heilen. Drei Gesundheitsfelder heilen. Feuer wäre noch gut. Aber da bräuchte ich halt zwei, ne? Ja. Ne, dann machen wir jetzt erstmal hier noch diese Fehlgesundheitsfette. Das glaube ich. Interessiert mich. Okay. Ja. Du hast doch mal ein wenig flampieren. Ach, du kleine Pupferleder. Und da kann ich nur hier raus. Aber da sind auch Viecher. Da blinkt was. Da blinkt was. Ach, das ist ja eine Mission. Okay, die will ich nicht. Dann muss ich jetzt hier runter. Was muss ich denn da tun? Weiß keiner. Egal. Ich geh einfach rein und baller alles tot, was ich seh. So wird es funktionieren. Wie immer. Ganz schön dunkel jetzt hier. Habe ich eine Taschenlampe? Oh, es wird schon wieder hell. Gut. Komme ich jetzt da... Also jetzt tue ich mir doch wieder weh. Hier. Oh oh. Ai ai. Okay. Okay. Ähm. Sind es alle? Ist doch keiner. Naja. Naja. Okay. Ich könnte jetzt natürlich einfach mit dem Sniper Rifle schön... aus. Komm raus! Wo immer du aufsteckst! Feuer! Lauf! Ich finde dich! Na? Achso. Das ist bloß Restfetzen. Das ist doch irgendwo ein Köder! Ich höre die ganze Zeit den Köder! Okay. Soll ich das hier anfackeln oder was? Oh, was ist denn das? Heilige Scheiße ist das Ding geil! Okay. Das brennt. Okay. Das sieht aus. Schaut gut aus! Oh! Jetzt habe ich mich selber ein wenig verbrannt. Ich mache mir mal eine Spritze rein. Finde das nächste Drogenfeld. Achso. Da gibt es noch mehr. Das war jetzt quasi die einfache Easy-Variante. Oh! Ich habe da einen leichten Flächenbrand ausgelöst. Bin mir nicht so sicher. Das ist echt viel Gras. Yeah! Okay. Jetzt kommt erst einmal die Fotoserie dran. Und da ist der Alarmtyp. Gibt es nur die? Ah! Da ist noch einer. Okay. Also den muss ich auf jeden Fall mal ausschalten. Den drauf ginge. Ach! Gibt es überhaupt... Ach! Was rede ich denn da mit Alarm? Was macht denn der da? Ist der hinter irgendwas? Ah! Oh! Ah! 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 eins weniger wo ist er denn der damal der damal der damal der damal der damal oh man ich bin so schlecht mit der dinge offen zu rennen ja wo bist denn du da war doch was jetzt habe ich keine snipe mehr noch drei mehr voll geil ok rettet die pflanzen oder was bringt uns um rettet die pflanzen oder was bringt uns um das ist ihr spawnt da wahrscheinlich immer wieder irgendwo rückzug rückzug so dann habe ich aber nichts ok das hätte ich hoffe ich das war nummer drei mann ich liebe dieses ding führte ihn auf und lass ihn nicht doch mal entkommen ist das da versteck dich nur ich finde dich auf und nummer vier geht in flammen auf 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 Nr. 5 hat sich voll gelohnt, dann habe ich es doch jetzt, dann kann ich jetzt hier weg oder? Erreiche das Fischerdorf, ach so. Jetzt habe ich keine Munition mehr, das kann ja nicht wahr sein. Oh Mann, da habe ich noch, hier das da habe ich noch. Okay, da. Okay. Ich bin wo du mich nicht siehst. Nee, ich hole mir dich. So. Vielleicht. Das nicht. Mist. Oh oh. Okay, wo muss ich denn, ich weiß nicht, was muss ich denn tun? Da, die Docks erreichen. Okay. Wo ist denn hier? Der ist tot. Gut. Du siehst mich nicht. Ja wo bin ich? Ja wo bin ich? Ich hab ihn! Oh! Na gut, lass mich ziehen. Ich hab ihn! Na gut, lass mich ziehen. Jetzt habt ihr mich gehört, eh? Was ist denn mit tun, wenn man keine Munition mehr hat plötzlich? Nicht, was denn mit tun hat sich, ich hab ihn nicht viel getan. Nö, wer fährt denn aus? Wir fährt jetzt den nur aus. Guck mal! Guck mal. Guck mal. Gott! Hab ich! Was bist denn du für ein Typ, ey? Das wird der Wahnsinn, was du aushältst. Da könnte ich mir doch jetzt statt dem Flammenwerfer mal das hier mitnehmen, was denn das ist. Okay, wenn du dich kommst, muss ich dich holen. Ich komme! Und jetzt zu dem Boot! Oh. Nein! Ach so, mit einer Panzerfaust bevor es wegfährt. Ich dachte, ich muss drauf springen. Haha! Ja, das ist ja toll! Das ist ja toll, dass die Info hier so früh kam. Na toll! Na toll! Na toll! Na toll! Na toll! Na toll! Jetzt aber nicht, ich darf alles von Anfang an spielen. Ach, reicht das Fischerdorf. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis demnächst. Tschüss! 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 SONne